Bodenloser Online-Artikel Erzählt Bullshit über mich Und die Situation Und Shuyokas Situation Okay, keine Ahnung Starten wir rein Welche Qualität ist das eigentlich? Das sind das 140 Pixel Auf meinem Kanal Alpha Kevin Plus Vielen Dank für den Support und nicht wundern Weshalb dieser wunderschöne Playbutton jetzt sehr sichtbar Zu sehen ist, das soll einfach Danke Shuyoka Und Ascaron Wirklich, da muss man auch einfach mal Danke sagen Das haben die beiden wirklich gut organisiert Ich kann nur nochmal die Dankbarkeit an Ascaron zeigen Weil ohne Scheiß, ohne ihn Wäre ich jetzt gar nicht hier auf dem dritten Kanal Wird noch ein extra Video aufnehmen Nur für den dritten Kanal Vielleicht schaffen wir da eines Tages auch die 100.000 Abos Und dann steht ja noch ein dritter Playbutton Da werde ich dann extra eingrabieren lassen Den Namen Ascaron, weil das hat er sich verdient Du kannst ja eingrabieren lassen, was du möchtest Also Ascaron wäre schon gar nicht so eine schlechte Option Das hat er sich auf jeden Fall verdient, deswegen lasst gerne ein Abo da Ich würde mich sehr sehr freuen Und ich denke Ascaron und Shuyoka, die wären auch Feuer und Flamme Dass mein Kanal, mein dritter Kanal hier auch noch gut läuft Würde mich sehr freuen Aber ich danke euch generell für den Support Weil ich hätte niemals gedacht, dass mein dritt Kanal Und warum lädt er das auf den dritten Kanal hoch Und nicht einfach mehr Videos auf den zweiten Kanal Das macht so nur schwerer, oder? Das hat so abgeht Ja, ich werde jetzt hier weiterhin euch schön auf dem Laufenden halten Es gibt sehr sehr viel zu besprechen auf dem Kanal Es ist auf jeden Fall insane Ich habe das im letzten Video auch schon gezeigt Aber das ist schon Wahnsinn Ich hatte davor halt so Videos Die haben halt 5000 Aufrufe gemacht Oder mal 3000 Aufrufe Oder 1000 Aufrufe Und jetzt habe ich die letzten 24 Stunden, würde ich sagen Habe ich hier über 100.000 Aufrufe da drauf bekommen Ich meine, das ist nicht selbstverständlich Und Ascaron hat da erheblichen Einfluss drauf gehabt Deswegen Dankeschön dafür Es gibt aber wieder neue Sachen zu besprechen Ja, die wir einfach mal Haha, Kevin meckt das Thema jetzt aber richtig Ja, was auch ein bisschen seltsam ist Weil er ja KuchenTV vorgeworfen hatte Dass er das Thema ausschlachtet Das macht er selber Aber naja Es ist nie zu spät Eine Erkenntnis zu gewinnen Ich muss ihm beraten müssen Denn mein MMO hat natürlich mal wieder einen Artikel veröffentlicht Am 10. September 2024 Angeblich 3 Minuten Lesezeit Das letzte Mal, wo ich auf sowas reagiert habe Habt ihr vielleicht gesehen im letzten Video Das letzte Mal, wo ich darauf reagiert habe Ging das länger als 3 Minuten, was wir gelesen haben Deswegen wird es vielleicht auch Weiß ich nicht Ein längerer Artikel Oder auch nicht Ja, nee Es wird angenehm Wir gucken uns das mal an Ich hatte mal irgendeinen Artikel überflogen Dachte ich mir so Okay, da wurde ein bisschen was erzählt Was ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen kann Aber das kann ich ja nochmal ein bisschen berichtigen Aber ja Mein MMO Die haben sich mal wieder zu mir geäußert Beziehungsweise zu Shuyoka und mir geäußert Und mal schauen Was diese Feindes dazu geschrieben haben Denn der StreamerInne lässt Neuen Gegner Auf Twitch bannen Der Titel des Artikels Klingt sehr lustig Muss ich sagen Also mein MMO Der Link ist natürlich auch unten in der Beschreibung Da kommt er zur Quelle Streamerin lässt neuen Gegner Auf Twitch bannen Damit er sie ignoriert Doch sie erreicht damit das Gegenteil Guck mal, das Ding ist Ich möchte noch kurz an der Stelle sagen Ich hab euch das jetzt schon ein paar Mal erklärt Weshalb ich das Ganze mache Und mir geht es auch nicht darum Um Shuyoka zu schaden Oder sie schlecht zu reden Oder was weiß ich Mir geht es einfach nur darum Ihre Schadenfreude auszunutzen Um das Bestmögliche draus zu machen Ja, aber das macht KuchenTV halt auch Das muss dem eigentlich auch zugestehen Das stört ja viel, viel mehr Die wollten mir ja die Kanäle Mehr oder weniger einschränken lassen Und ich mache jetzt genau das Gegenteil Und mache richtig viel Content drumherum Damit ich davon noch profitiere Momentan kommt es auch gut an Ich danke euch für den Support Was das angeht Aber ich finde das schon ziemlich lustig Ist natürlich auch sehr ironisch Und ja Macht Spaß Wahrscheinlich kann es weitergehen Ich freue mich doch Okay, wir gucken mal Was der Herr Schubann hier geschrieben hat Mal schauen Ich bin gespannt Der deutsche Twitch-Streamer Alpha Kevin hat einen Band Auf Twitch erhalten Und nutzt den geschickt Zu seinem Vorteil aus Der Plan einer Streamerin Ihn für ein Video zu bestrafen Geht komplett nach hinten los Ich kann es aber ein bisschen ranzoomen Ich glaube Zu bestrafen Also ein bisschen entspannt Ja, so kann man es besser sehen Geht komplett nach hinten los Wie geht das denn bitte nach hinten los Ich bin sehr gespannt Was er dazu schreibt Okay Was war der Anlass für den Streit Der Meinungsblogger Alpha Kevin Hat aus seinem YouTube-Kanal Am 5.9. Das Video Gronk ist frauenfeindlich Laut Jojoka auch geladen Das ist ein sogenanntes Ragebait-Video Ist das Ragebait? Nee, eigentlich nicht Weil man damit die Aussage Halt auf das Thumbnail Oder den Titel Schreibt Die Person Über die in dem Video Gesprochen wird So getroffen hat Das ist eigentlich kein Ragebait Sehe ich jetzt nicht direkt Also das ist tatsächlich Warum ist das ein Ragebait Wait, wait, wait Stop, stop, stop Warum ist das ein Ragebait-Video? Ragebait wäre es Naja, weil du das Gegenteil sagst Von dem, was Also weil im Titel Das Gegenteil steht Von dem, was du im Video sagst Wahrscheinlich Wenn ich jetzt irgendwie Bewusst provoziere Damit die Leute ausflippen Ja, dann da draufklicken Und so weiter Aber das ist ja wirklich passiert Also sie hat ja wirklich gemeint Dass er das Gronk misogyne ist Weil er sich ja angeblich Auf die Seite von Skoros Von einem Jahr gestimmt Stimmt, bei mir steht noch gar nicht Shuyoka im Titel Bodenloser Online Warte Bodenloser Artikel zu Boah, warte Wie machen wir das? Bodenloser Artikel zu Shuyoka Passt Also hat er so impliziert Und so weiter Dementsprechend Ist das nicht Ragebait Sondern der Titel Stimmt halt Das ist halt keine Lüge Oder ein Bait Oder sonst irgendwas Also Bait Oder ich sag mal so Clickbait Oder Ragebait Wäre es Wenn ich jetzt Bewusst Vielleicht das ein bisschen Missinterpretiert habe Oder bewusst Provozierend reinschreibe Aber es ist halt einfach Genau so gewesen Okay Aber hier ist noch die Begründung Den Pronk ist in Deutschland Ein Streamer mit makellosem Ruf Shuyoka ist hingegen Eine umstrittene Person Ob das jetzt deswegen Ragebait ist Weiß ich nicht Also ob das jetzt Der richtige Begriff dafür ist Aber gut Okay Lassen wir es so stehen Ist in Ordnung Kann ich trotzdem mitleben Das Video wird also Mit hoher Sicherheit Dazu führen Dass Leute mit geballter Faust In das Video gehen Und dann den Kommentaren Ihren Unmut gegenüber Shuyoka zum Ausdruck bringen Ja aber das ist ja Das ist ja bei jedem Video so Wenn es um kritische Themen geht Ja dann ist praktisch Mein Video zu Haptic Auch krasser Ragebait Dann ist mein Video zu KuchenTV und Anni the Duck Krasser Ragebait Und alle anderen Videos Sind wahrscheinlich auf meinem Kanal Auch krass Naja es geht ja darum Dass du quasi das Gegenteil In den Titel schreibst Weil es halt ihre Aussage war Anstatt das was du In dem Video aussagst Auszusagen Dann hättest du reinschreiben müssen Kronk ist nicht frauenfeindig Weil das ja deine Aussage wäre Also Ragebait Da geht es immer um kritische Inhalte Ja Entweder die Leute gehen rein Mit geballter Faust Oder die gucken sich das Einfach so nebenbei an Es gibt halt solche Leute Und solche Leute Aber gut Mal schauen was die noch so Als Begründung reinhauen Das Video geht auf einen Konflikt Zwischen Shuyoka und Kronk Aus dem Februar 2023 Um Hogwarts Legacy zurück Kronk wurde damals Nach Aussagen zu Hogwarts Legacy Kritisiert Bekam aber als Unterstützung Für seine Position 37.000 Euro Von seinen Fans Junge 37.000 Euro Und keine Ahnung Was wir noch mit dem machen können Und vielen Dank Für deinen Sub hier im dritten Monat Ne Im siebten Monat Auch wenn es nicht angezeigt wurde Keine Ahnung was da schon wieder Falsch ist mit OBS Eigentlich müsste es angezeigt werden Trotzdem auf jeden Fall Robster Danke dir Sehr schrecklich Die Streamerin Shuyoka Hatte daraufhin angemerkt Sie hätte auch gern solche Shitstorms Kronk hatte sich später negativ Über Shuyoka geäußert Ja das Problem ist aber Gut die haben jetzt hier nicht unbedingt Die haben jetzt hier nicht unbedingt gezeigt Weshalb Kronk einen Shitstorm bekommen hat Da ging es ja darum Dass ihm unterstellt wurde Dass er transfeindlich sei Weil er sagte Darf mir J.K. Rowling egal sein Mit seiner Aussage Transfeindlichkeiten unterstützen würde Oder Oder gegen LGBTQ in dem Moment ist Und was weiß ich Wenn er sich nicht Kommt Weil er gesagt hätte Darf mir J.K. Rowling egal sein Darf diese Frau Keine Rolle in meinem Leben spielen Und dann Noch ganz viel weiteres Warum funktionieren meine Clips nicht Mist warum funktionieren meine Clips Bla 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 Genau Von Shuyoka Und auf jeden Fall war er dann Transfeindlich quasi Indirekt Komplett negativ gegenüber Diesem Harry Potter Game äußert Und das nicht spielt Ja oder beziehungsweise Wenn er es spielt Dann unterstützt er das Ganze Ne Dann hat er noch die Bild In den Artikel geschrieben Und so weiter Wo das dann auch erstmal so klang Wie Ey yo Kronk Transfeindlich Hm Schwierig Er bekommt Hate ab Und bla 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 Also da klang es auch Es sagen ein paar Durchgedrehte Im Internet Und schreien sehr laut Dann wird es vermutlich stimmen Sehr positiv Und das ist nie gut Für einen Influencer Deswegen ist es auch kritisch Und deswegen kann ich auch Kronk verstehen Dass er sich da abgefragt hat Es ist halt kritisch Wenn du als Bildartikel In deinem Namen Irgendwas geschrieben bekommst Wo irgendwas steht Mit Transfeindlichkeit Oder gegen LGBTQ Oder sonst irgendwas Auch wenn das vielleicht Weil das in den Suchresultaten Dann ganz oben kommt Weil Bild ja eine große Reichweite hat Gar nicht so Auf dich zutrifft Ja Es Trotzdem verbindet dich das Mit etwas Negativen Was natürlich Doof ist Bloß Kronk hatte nie diese Intention Und er wollte ja sogar Mit seinen Aktionen was Gutes tun Der wollte ja sogar Spenden sammeln Für LGBTQ Also für Organisationen von LGBTQ Wollte er Spenden sammeln Bei diesen Hogwarts Legacy Streams Und ja Konnte dann am Ende des Tages Nicht machen Oder hat er nicht gemacht Und ist da ein bisschen eingeknickt Ne Weil Ja Der wurde unnötig Stress gemacht Sag ich wie es ist Die Streamerin hatte Genau In einem neuen Stream Unterstellte Shuyoka nun Frauenfeindlichkeit Ohne sich näher mit dem Damaligen Konflikt Zwischen ihr und dem Streamer Skirrus Zu befassen Glaube er Dem Mann Und Misstraue der Frau Also ihr Ja Ja warum nur Vielleicht Vielleicht weil Shuyoka Sich gegenüber Kronk Auch schon Komplett wild geäußert hat Und dabei auch schon Nicht unbedingt die Wahrheit gesagt hat Vielleicht deswegen Vertraut man ja einfach nicht mehr Könnte es vielleicht An Shuyoka liegen Dass man Shuyoka nicht mehr vertraut Nein Das wäre absurd Niemals No way Nach der Vorgeschichte Jetzt auch nicht komplett Ähm Ja Nicht komplett abwegig Shuyoka Aber der Frau Also ich bin überzeugt davon Dass wenn Skirrus Eine Frau wäre Und Shuyoka ein Mann Dann Hätte sich daran nichts geändert Ergert sich über Dudes Die auf ihrem Rücken Geld machen Okay Das war die Folge des Videos Wie ein anderer Streamer bemerkte Hat sich Alpha Kevin Mit diesem Video Im Dauerkampf Zwischen Shuyoka Und dem sogenannten Boys Club Einer Gruppe von Streamern Klar positioniert Der Boys Club Ist eine Gruppe von Streamern Also eigentlich ist Shuyoka so die einzige Die immer von dem Boys Club Spricht Und der Boys Club Sind ganz unterschiedliche Streamer Die halt manchmal Ein bisschen darüber Witzeln Dass man so ein Club ist Es gibt nicht den Boys Club Ja klar positioniert Also ich habe ja eigentlich Nicht mich mit dem Boys Club Positioniert Sondern ich habe mich Einfach nur zwischen Shuyoka und Kronk Positioniert Und habe halt gesagt Dass das Quatsch ist Bloß habe bewiesen Dass das Quatsch ist Was sie dort erzählt Und impliziert Mit der Frauenfeindlichkeit Das hat nichts damit zu tun Dass ich mich auf die Seite Des Boys Clubs gestellt habe Sondern ich habe mich Auf meine Sichtweise positioniert Ich war nicht zu dem Zeitpunkt Teil des Boys Clubs Jetzt bin ich es ja mittlerweile Da kann ich ja Ich habe keinen Einfluss darauf Das entscheidet ja Shuyoka ganz allein Und offenbar Ich bin auch Teil des Boys Clubs Habe ich mitgeteilt bekommen Bin ich jetzt mittlerweile Auch Teil des Boys Clubs Deswegen Das ist natürlich Ganz schwierig Aber da kann ich mich Jetzt natürlich Nicht mehr ausreden Offenbar als direkte Reaktion Auf dieses Video Hat Shuyoka über einen Moderator Einen Twitch Stream Boys Club ist wie Antifa Ja es gibt nicht den Boys Club Es gibt nicht die Antifa Von Alpha Kevin am Tag darauf Mit einem DMCA Strike belegt Das stimmt nicht Am gleichen Tag sogar Das war der gleiche Tag Als mein Video online kam Da wurde der Twitch Bun Reingeprügelt Und damit seinen Twitch Kanal Für zwei Tage sperren lassen In dem Stream Hat sich Alpha Kevin erneut Mit dem Thema Shuyoka beschäftigt Shuyoka wollte offenbar Wie sie auf Twitter andeutete Ein Zeichen setzen Dass sie es nicht duldet Wenn auf ihrem Rücken Geld gemacht wird Und warf Alpha Kevin Da stand nicht Huda Da stand X Kevin vor Keine korrekten Quellen Angegeben zu haben Ist immer noch Ist immer noch wild Einfach an dem KuchenTV Ich reagiere auf dem KuchenTV Video Aber ich habe die Quellen nicht angegeben Weil Shuyoka da zu sehen ist Absolut geil Ja ich meine theoretisch Theoretisch kann man da jetzt Vielleicht sagen Okay man müsste immer so Quellen Bei sowas angeben Aber eigentlich unter Kollegen Vor allem wenn man Wer macht das schon Niemand würde so etwas machen Immer korrekte Quellen angeben Bei Reactions Wenn man relativ friedfertig ist Ja und Und sich fair positioniert Normalerweise haut man dann nicht Direkt diesen Bunhammer raus Oder den Strike raus Ja also Bun Ist ja nicht das gleiche wie Strike Aber das war ja in dem Sinne Ein Strike der mir effektiv Geschadet hat in dem Moment Doch der eigentliche Doch der eigentliche Grund Dass Alpha Kevin ins Fadenkreuz geriet War augenscheinlich Dessen Video zum Konflikt Zwischen Shuyoka und Kronk Da hat ja dann Asgeron Auch irgendwas geschrieben Mit der der Anwalt Wird eingeschaltet oder sowas Oder er überlegt sich das Oder irgendwie sowas in der Art So ein DMCA Strike Ist eindeutig Gegen die ungeschriebenen Regeln Im Umgang der Streamer Untereinander Denn es gefährdet die Möglichkeit Geld zu verdienen Ja nicht nur Geld zu verdienen Content hoch Es schadet einfach nur allen Es ist einfach nur Destruktiv Also es ist Hat keinen Vorteil für niemanden Durchzuladen Content zu bringen Ja Geld zu verdienen Twitch war nie mein Also jetzt natürlich Diesen Monat Ist natürlich Twitch auch ne Große Einnahmequelle Muss ich ehrlich sagen Durch diesen einen Stream Oder durch die letzten Streams Die jetzt kamen Aber in erster Linie Ist es für mich wichtig Einfach mit der Community Zu interagieren Einen coolen Abend zu haben Und auf Videos zu reagieren Diese Videos Die kommen dann auf Incav Kanal online Und dann recycelt man Praktisch nochmal den Content Und dementsprechend Ist mir das wichtiger Als ne jetzt Unbedingt zu streamen Damit ich dort Geld bekomme Das ist nicht meine Intention Also habe ich auch schon lange gesagt Dass ich auf Twitch Sonst nicht angewiesen bin Aber ich bedanke mich Natürlich trotzdem auch Ja also Twitch macht wahrscheinlich Bei Kevin Weniger Einnahme aus Als bei mir Gerade weil ich in letzter Zeit Nicht so häufig Zu den Hauptkanal Videos Gekommen bin Ich muss mich eigentlich Noch drum kümmern Ich muss heute noch Das Script für Einzig Wiki schreiben Falls ich das noch hinbekommen möchte Morgen Auch für Donations Für Subs und so weiter Das ist auch sehr wert Gerade in diesem Monat Das ist brutal Aber das hat ja Diese Sache zuvor zu Folge Aber ist die Woche Überhaupt irgendwas passiert Was ich bei Einzig Wiki reinnehmen kann Ich habe das Gefühl Als wäre absolut gar nichts passiert Alle Thematiken gab es Irgendwie vorher schon Hm Vielleicht nutze ich meine Zeit Dann besser Strike gilt als unsportlich Weil es eine Partei Zumindest für eine gewisse Zeit Mundtot macht Ja ist übrigens nie smart So was zu machen Ihr seht ja was dabei rumkommt Alpha Kevin betont Eigene Neutralität Verschweigt Kronk Video Oha Oha Jetzt bin ich aber gespannt Wie hat Alpha Kevin Das für sich genutzt Bei der Erklärung Warum er den Strike Gehalten habe Hat Alpha Kevin Das letzte Video In dem es um Shoyoka ging Ignoriert Ja weil mein Strike Auf Twitch Nichts mit meinem Video Auf YouTube zu tun hat Du kannst ja versuchen Das Video Down zu bekommen Aber Das ergibt ja gar keinen Sinn Warum soll man mich Auf Twitch striken Wenn ich Ein Video zu Kronk und Shoyoka Auf YouTube hochlade Das sind zwei Unterschiedliche Plattformen Und zwei komplett Unterschiedliche Themen gewesen Dementsprechend ist das Komplett egal Das Alpha Kevin Video zu Kronk Hat hier gar keine Relevanz für mein Twitch-Bahn Aber okay Mal schauen wie sie es Weiter kommentieren Na angeblich war in dem Kronk Video nicht neutral Oder so Das kam nämlich unmittel War das Luke-Bank Thema vor Letzter Woche Ja war es Auf jeden Fall Das ging letzte Woche los Ja Vor dem Strike heraus Er hat sich rein Darauf bezogen Dass er im Vergleich Zu anderen YouTubern Shoyoka immer fair behandelt Habe und dir auch Punkte gegeben habe Wenn sie die verdient hätte Korrekt Stimmt Alpha Kevin zeigt In welchen Videos Er sich mit Shoyoka beschäftigt Lässt das entscheidende Video aber außen vor Mein entscheidendes Video Ist auch nicht Komplett voreingenommen Oder so Sondern es zeigt einfach Nur die Wahrheit Ich habe eine falsche Aussage Von Shoyoka Also eine für mich Persönlich falsche Aussage Von Shoyoka genommen Dann mit Belegen gezeigt Dass sie es falsch verstanden hat Beziehungsweise Dass sie Kronk etwas unterstellt Was er nicht ist Und zwar misogyn Oder transfeindlich Äh transfeindlich sag ich Äh frauenfeindlich Aber sehr sehr lustig An der Stelle Ist ja beides Ganz dolle Art Dazu hat er betont Wie schwer ihn der Strike treffe Der seine Einnahmemöglichkeiten Erheblich einschränke Er sagt Hier sei versucht worden Ihm maximal finanziellen Schaden Zuzufügen Das stimmt Und das ist auch der Grund Weshalb ich jetzt genau Das Gegenteil dadurch Hoffentlich bewirke Oder weiterhin bewirke Ja momentan ist ja Der Support sehr sehr groß Deswegen Er arbeitet daran Das Gegenteil zu bewirken Wegen nochmal ganz großes Dankeschön An euch und auch an Ascoron Immer wieder unter Strich Alpha Kevin Als wie Junge Ey sorry Jetzt war ganz kurz Mein MMO Ja bis jetzt Okay weißt du Selbst wenn ihr Dinge Falsch interpretiert Oder hier hinschreibt Okay Aber wenn ihr Journalistisch hier In den Text schreibt Als wie Bro Also das ist natürlich Das ist der Untergang Vom Deutsch Okay ich lese es trotzdem vor Immer wieder Ach das tut jetzt weh Immer wieder unter Strich Alpha Kevin Als wie ungerecht Er den Strike Lass das als bitte weg Wie ungerecht er den Strike Empfindet Und das hier Sein Kanal zerstört Als wie ungerecht Ja stimmt Als wie Klingt in der Kombination Komisch Er betont Wie ungerecht Ja warum braucht man überhaupt Na gut Nevermind Das als ist eigentlich Als Als wie Es klingt in der Kombination Immer komisch Werden Sein Kanal Das hier Sein Kanal zerstört werden Und ihm Okay hier hatte irgendjemand Einen Schlaganfall Kurz beim Schreiben gehabt Und ihm maximaler Schaden Zugefügt werden sollte Dabei sei er ihr gegenüber Immer gerecht gewesen Ja immer gerecht Boah keine Ahnung Ich kann jetzt auch nicht sagen Ob ich vor einem Jahr Jedes Video so gemacht hab Dass man sagen kann Okay das war immer Extrem gerecht gewesen Aber ich hab's für mein Ermessen Immer versucht so neutral Wie möglich rüber zu bringen Und so harmlos Wie möglich rüber zu bringen Ich hab jetzt nicht versucht Nur drauf zu hauen Auf Krampf Ja Er glaubt Shuyoka gehe Auf ihn los Weil sie denke Er werde sich nicht wehren Ja nicht nur Shuyoka Ich denke einfach Die Gruppe denkt sich das Also zumindest ist mir das Die einzig logische Erklärung Weil die Leute rundherum Die kennen mich so ein bisschen Würde ich sagen Ähm Die kennen so ein bisschen Mein Content Ob das jetzt ein Tilted Floss Aber gibt's da nicht So einen gewissen Überschnitt Zu Alpha Kevins Content Äh Und der Community Von Ja so dieser Vogue Linken Community Also ich würde behaupten Alpha Kevins hat schon Eine relativ Linke Vogue Community eigentlich Aber wahrscheinlich Eher so die gemäßigteren So Ob das vielleicht auch ein Dave ist Oder ob das Ich weiß nicht Wenn's da noch so gibt Keine Ahnung Wer da noch hinter denen steht Oder Meppo Ach keine Ahnung Ich weiß nicht Wer die ganzen Leute sind Die wissen glaube ich ganz genau Dass ich nicht gerne mit einem Anwalt komme Und die wissen auch ganz genau Dass ich relativ friedfertig bin Und deswegen war ich wahrscheinlich Ein leichtes Ziel Aber ja Man muss Man muss das ummünzen Leute Das ist wichtig Ne ich glaube Weil man Alpha Kevins Zu schwer Irgendwie Frauenfeindlichkeit Transfeindlichkeit Recht sein Was auch immer Unterstellen kann Weil man halt Gegen den keine Angriffsfläche hat Um sowas unterstellen zu können Weil der ja ansonsten schon immer Ziemlich gut Menschenartig unterwegs ist Richtig und richtig Alpha Kevins freut sich Über gewaltigen Support Ah ja jetzt kommt schon die Gegenreaktion hier Wie hat er von dem Bann profitiert Letztlich betrug der Bann Auf Twitch zwei Tage Da Alpha Kevins auf Twitch Normalerweise nur etwa Zwölf Stunden die Woche streamt Kann man von Von einem Verlust Von etwa zwei bis vier Stunden Twitchzeit ausgehen Ein Stream hat bei ihm Im Schnitt 707 Zuschauer Die sind richtig am Recherchieren hier gerade Im Schnitt 707 Zuschauer War es wirklich so? Boah Das ist gerade schwer zu sagen Kann sogar noch ein bisschen höher gewesen sein Aber ist auch scheißegal eigentlich Weil 707 ist brutal viel By the way Sein Comebackstream Am 8. September Auf Twitch Hat er durchschnittlich War es am 8? Wait Lass mich mal kurz überlegen War der 8. der Sonntag? Tatsächlich Der 8. war der Sonntag Ist richtig Er hatte durchschnittlich 1.676 Zuschauer Jetzt wird hier schon mehr Gefakt checkt Als überhaupt falsch ist Das ist crazy Im Nachhinein bedankt er sich Für die vielen Spenden Die er erhalten hat Er hat zudem In den letzten sieben Tagen 1.250 Follower erhalten Ein Blus von 511 Einfach 511 Prozent Kriegen wir nochmal Ein Shoutout Für Alpha Kevin hin? Mods? Mach mal Shoutout Alpha Kevin Im Vergleich zur Woche zuvor Heftig Ja Zudem konnte er aus dem Bann Allein auf seinem Hauptkanal Zwei YouTube Videos erstellen Die über 150.000 Aufrufe liegen Das Video über den Frauenfeindlich Über den frauenfeindlich Gronkh Hat zudem 207.000 Aufrufe Erzielt Wie viel sind es jetzt? Komm wir müssen ja aktuell bleiben Können das ja jetzt so nicht Dann stehen lassen Das hat jetzt sogar 230.000 Wir bleiben drin Leute Wir bleiben drin Dankeschön Kuss Danke an Askaron Vielen Dank Ja wobei Damit hat Askaron Tatsächlich gar nichts zu tun Diesmal war es tatsächlich Joyoka mit der Aussage Die eigentliche Einnahmequelle Von Reaction Streamern Wie Alpha Kevin Liegt ohnehin nicht auf Twitch Sondern in der Zweitverwertung Der Twitch Streams auf YouTube Ey da kennt jemand Meine Analytik Das ist korrekt Aber das ist relativ normal Das ist jetzt nichts Speziell bei Alpha Kevin Sehr sehr gut Woher will die Person Das wissen? Vielleicht monetarisiere ich Ja meine YouTube Videos Gar nicht auf dem Inkev Kanal Vielleicht lasse ich es Noch einfach Ja Sag mal Das ist nicht der richtige Alpha Kevin Wenn ihr hier einen Shoutout Gegeben habt Warum das ist Es ist nicht Alpha Kevin Es ist ein Account Der Alpha Kevin heißt Mit drei Followern Vielleicht aber auch nicht Ne er hat schon recht Ich muss schon ehrlich sagen Das stimmt Denn die Zweitverwertung Ist tatsächlich Tatsächlich auf YouTube Komplett meine Haupteinnahmequelle Ja schon Klar wenn du jetzt noch So ein paar Placements Und so zusammenrechnest Vielleicht ist das so Ein Hälfte Hälfte Ding So der Zweitkanal Und der Hauptkanal Plus Twitch Kanal Und sowas Aber ja Es stimmt an und für sich Ja die Zweitverwertung Ist das entscheidende Mit der Brechstange Lässt sich auf Twitch Nichts erreichen Uuuu Sie haben hier Uuuu Das ist jetzt natürlich Das würde Shuyoka Nicht gefallen Dieser Text hier Schätze ich mal Das zeigt das Beispiel Brechstange Wollen die also Bei Shuyoka Einbrechen Man sieht an dem Beispiel Dass Versuche Einen Content Creator Mit solchen Mitteln Mundtot zu machen Nicht funktionieren Sondern das Gegenteil Der Fall ist Die öffentliche Meinung Dreht sich eher Zugunsten desjenigen Der den Striker halten hat Sozusagen der Streisand-Effekt Ja Respekt Derjenige Der ihn ausspricht Wirkt wie ein Mobber Der unverhältnismäßig Hart reagiert Und seine Macht Und das System Missbraucht Ähm Ich würde nicht mal sagen Der sehr wie ein Mobber wirkt Sondern der wirkt Sehr missgünstig Und als könnte man Kritik nicht abhaben können Und deswegen muss man Jemand mundtot machen Weil Der Streisand-Effekt Hätte man sich mit mir Und meinen Videos beschäftigt Hätte man erahnen können Und binnen von wenigen Sekunden Wissen können Ja weil es halt Weil es halt Die ganze Sache Spannender macht auch Also nicht nur Dass man die Ungerechtigkeit Quasi bekämpfen möchte Sondern vielleicht Möchten manche auch Extra nochmal nachschauen Um was es da geht Weil das ja wirklich Krass sein muss Wenn die Person Dafür auch gesperrt wurde Also Man baut es quasi Größer auf Als es ist nochmal Weil es dann Spannender ist Weil es eben verboten ist So Dass ich keiner bin Der einfach nur los hatet Und auch auf Twitch Jetzt nicht so extrem oft Auf Shoyoka reagiert hat Also hätte man das einfach Vielleicht mal so ein bisschen Berücksichtigt Dann wäre einiges besser gelaufen Für sie Oder auch für Askaran Naja So hat es sich jetzt natürlich So ein bisschen zu meinen Gunsten gedreht Aber ist man dann am Ende des Tages Ich habe da keinen Mittleren Sandkuchen-Effekt Ja schreibt das mal Als Algorithmus-Kommentar Sandkuchen-Effekt Ja Und wie gesagt Ich nutze das einfach aus Andere Streamer Die sich um eine neutrale Sicht bemühen Wie Tanzverbot So jetzt haben wir Alpha Kevin tatsächlich Ein Shoutout gegeben Echter Alpha Kevin Folgt da mal rein Ihr Unverständnis Über die ganze Aktion Haben wir noch nicht angeguckt Ich werde aber Sehr wahrscheinlich Auf das Video Reagieren Wenn das Video Shoyoka Heftige Vorwürfe gegen Kronk Ja Das werden wir vielleicht Hier noch auf den dritten Kanal Anschauen Ja die Reaktion von Tanzverbot Das wird mich nämlich interessieren Was er noch dazu sagt Weil er sich ja auch Weitestgehend raushält Aus der ganzen Sache Und letztlich ist so eine Sperre ohne ernste Konsequenzen Es ist unwahrscheinlich Dass Shoyoka ihr Ziel erreicht hat Zumindest Alpha Kevin In Zukunft keine Videos mehr Auf ihren Nacken erstellt Denn letztendlich scheint Der jetzt gefallen An dem Thema gefunden zu haben Und kündigt an Das Thema jetzt Zu seinem maximalen Vorteil Auszuschlachten Weil es genau das ist Was die Gegenseite nicht will Korrekt Das stimmt Ja hier Shoyoka Letzt einen Stream auf Twitch Sparen Wird mit Hitler verglichen Ist dann der andere Artikel Ist korrekt Ja und das werde ich auch Weiterhin so durchziehen Es ist brutal Wie groß das Interesse ist Hätte ich im Leben Was? Wird mit Hitler verglichen? Irgendwann durch Das war ja auch bloß Weißt du Ich hab auf das KurenTV Video zu Shoyoka Bloß reagiert Um auf den Laufenden gehalten zu werden Oft genug sag ich einfach Ne ich mach's halt einfach nicht Weil mich interessiert's nicht wirklich Aber wenn ich irgendwelche Titel sehe Und mir denke Okay yo Klingt nach einem spannenden Thema Ey geh ich da meistens rein Aber halt wie gesagt Ja einfach immer Auf dem Twitch Layout Twitch.tv Slash Shoyoka Als Quelle Hinzugefügt lassen Oder mach am besten einfach YouTube X Und Twitch Dann hast du Bist du dir ganz sicher Naja Was ist eure Meinung Zu dem Thema Schreibt's in die Kommentare Lasst gerne Like und Abo da Und dann sehen wir uns Ganz bald In der nächsten Reaction Wieder G� Schreibt's in die Kommentare We're going to see if I can Shoyoka We're going to see you We're going to see you